Bitte? Ist Jesus der Vater? Jesus ist auch der Vater, weil er ist das Wort des Vaters. Ist Jesus der Vater? Bitte? Ja, also hat er zu sich selbst gebetet. Also hat er zu sich selbst gebetet. Ja, zum Geist, zum Geistvater. Wenn du sagst, du sagst, der Vater ist Geist. Hör zu. Wer ist dieser Geistvater? Der Geistvater ist die erste Person von der Trinität. Also, wo ist denn das Problem? Genau das argumentiere ich doch. Nein, nein, du sagst, du sagst, Jesus Christus ist nicht der Vater, das ist das Problem. Ja, weil der Vater von dem Sohn unterschieden wird, wie wir in Johannes 14, 23 gelesen haben. Der Sohn ist Gott, der Vater ist Gott, aber der Sohn ist nicht der Vater. Schau, 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 schau. Und du hast uns ja schon mal in Johannes 1, du hast ja Johannes 1 zitiert. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Derselbe Apostel Johannes hat im ersten Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 3, uns die Auslegung dafür gegeben. Und da schreibt der Apostel Johannes, der Sohn Gottes, das ewige Leben, das beim Vater war. Das heißt, hier gibt es wieder die Unterscheidung zwischen dem Sohn. Und er kam in sein Eigentum. Ja, das leugnet sich nicht. Also, er ist doch der Vater, also ist der Vater in sein Eigentum gekommen, als Sohn. Nein, nein, das Wort Gottes, Jesus, das vom Vater unterschieden wird, ist Fleisch geworden. Meine Güte, ey, das wird mir echt zu bunt hier. Also, ich vertrete die Meinung, ihr habt alle meine Meinung gehört und das ist die Wahrheit. Ihr könnt von mir aus glauben, was ihr wollt. Ihr könnt von mir aus an Teletubbies glauben oder an C-Götter. Ich kann dir nur Impulse geben. Nein, 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 ich kann dir nur Impulse geben, dass ihr an drei Götter glaubt. Stopp, stopp. Stopp, kein Katholik, kein Orthodoxer würde jemals sagen, wir glauben an drei Götter. Ihr gebt nur den Muslimen Impulse, dass ihr an mehr Götter glaubt. Hör doch auf, so zu reden. Bruder, du bist sehr überheblich in deiner Reden. Harus, Sie reden Menschen. Harus, Sie reden Menschen. Machst sehr überheblich in deiner Reden. Möchten wir noch über das Thema reden? Also, wenn jemand noch was sagen wird, ansonsten würde ich das Thema sozusagen nicht vertagen, sondern... Bruder Harus, das Problem ist, Bruder, wir glauben alle an das historische Christentum, wie das sich in der Apostelgeschichte, wo die Kirche gegründet worden ist, wo die ersten Grundbausteine geregelt worden sind. An diese Kirche glauben wir, wie die Apostel sie gegründet haben. Und diese historische Kirche hat immer, immer, die Apostel haben immer eine Unterscheidung zwischen dem Sohn und dem Vater gemacht. Und erst selbst im ersten Johannesbrief, Kapitel 2, steht selber geschrieben, wer den Sohn hat, der hat den Vater. Wer den Sohn nicht hat, der hat den Vater nicht. Das heißt, wir sehen hier wieder zwei Personen, die für die Erlösung notwendig sind. Und da sagt nicht Jesus, wer den Sohn hat, der hat mich, Jesus, sondern wer den Sohn, Jesus Christus, mich hat, der hat Gott, den Vater. Johannes 14, nein, nein, bitte, bitte hör auf mit diesen, äh, dieser impulsiven Art, du widerlegst dich selber und du, äh, bist, hör zu, du sagst doch gerade, wenn der Sohn hat, so redet man nicht miteinander, so redet man nicht miteinander, du sagst doch gerade, wer den Sohn hat, dem Vater. Lass mich doch ausreden, hallo, ich hab sie doch gerade in mehreren Versen erklärt, das ist eine Unterscheidung zwischen, von keiner, hör mal zu, von, in keiner anderen Vers konntest du wiederlegen, was ich gesagt habe. Ja, das kann der Chat für sich entscheiden. Ja, das kann jeder für sich entscheiden. Meine Ermutigung ist wirklich, meine Ermutigung ist wirklich, dass es kein Geheimnis gibt, ne, das ist, es gibt kein Geheimnis. Die Trinität Gottes, schau mal, wir reden nicht, schau mal, wir reden nicht für Menschen, ja, wir reden nicht für Muslime, damit die uns gefallen, sondern wir reden für Gott. Und wir stehen für seine Wahrheit da. Und es ist mir völlig egal, wenn Muslime ein Definitionsproblem haben, was Christen anhand der Dreieinigkeit verstehen, weil wir sagen, ja, das, das, das kann jeder für sich entscheiden. Ich habe, ich kenne schon viele Muslime, mit denen ich geredet habe, die das Konzept verstanden haben. Wenn du das nicht verstehst, da kann ich nichts dafür. Aber ich finde es nicht schön von dir, dass du hier, unsere Geschwister, unsere Geschwister, und da musst du wirklich auch ins Gebet gehen. Wenn du wüsstest, wie tief ich im Gebet bin, wenn du wüsstest, wie tief ich im Gebet bin, wird es nicht prowerfen, oder was auch immer. Aber es ist nicht schlimm, aber es stimmt jetzt auch nicht, ich vergeben die auch, mein Lieber, wer sich erhöht, mein Lieber, wer sich erhört, wird erniedrigt. So sieht das aus. Ich werde es sagen können, okay, Marc, ich verstehe es, ich werde damit ins Gebet gehen, und genauso kann ich damit sagen, ich werde ins Gebet gehen, aber dann hier sozusagen, mein Lieber, ich bete so viel. Wir sind hier nicht wie die Pharisäer, die von sich aus behauptet haben, die so stark in Gebet zu gehen. Das ist nicht wahr, das ist nicht wahr, das ist nicht wahr. Nee, 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 also, prüft es einfach, und wenn ich für dich ein Irrlehrer bin, ist okay. Ich soll prüfen, ich soll prüfen, dass Jesus Christus nicht Gott ist. Ich wollte, ich soll prüfen, dass Jesus Christus nicht Gott ist. Hat denn gesagt, ob Jesus Christus nicht Gott ist? Hat das nicht überhaupt nicht? Der sagt gerade, ich soll ein Gebet gehen, ich soll ein Gebet gehen. Ich soll ein Gebet gehen und die Trinität. Ich habe so viele Nachbarn schon geführt, dass die, okay, Leute, 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 ich beende gleich das Leif. Hey, trink mal ein Glas Kaffee. Ich beende jetzt gleich das Leif. Okay, okay, ich glaube, das ist auch echt das Beste für heute. Ja, genau. Ich will nur kurz Werbung machen, Bruder. Ganz kurz, es gibt einen sehr, sehr starken Apologet, einem Bruder, der schon so lange über die Trinität aufklärt, dass sie die Wahrheit ist. Trinity TV. Und auf YouTube und auch auf seinem Kanal hat er diese Irrlehre des Modalismus widerlegt. Deswegen schaut euch an, warum die Trinität Gott ist. Okay, ein YouTuber widerlegt die Bibel. Okay, gucken wir uns an, mal lieber. Trinity TV Text ist ein Abgrund. Gucken wir uns an, wie ein YouTuber die Bibel widerlegt. Okay. Nein, das ist jemand, der in eine Gemeinde geht, der wirklich... Und der die Bibel widerlegt, weil die Bibel sagt, er, Jesus Christus ist Gott und er sagt nein. Nein, das sagt er nicht. Marc, Marc, ich muss mal ganz quatschen. Arjan, ich habe jetzt bis jetzt nichts gesagt. Ich habe nur ganz kurz vor mir. Ist auch besser, so mach auf Sturm, du brauchst auch nichts zu sagen, Mann. Ja, Arjan, Mann, bitte nicht auf, Arjan, Arjan, du warst ein Abflug-Spektlos. Hier, wegen, wegen euch, Arjan, wir haben sich über andere Menschen hier in Fließband, Mann. Schämst du dich? Nicht ehrlich jetzt. Wir haben sich über andere Menschen hier in Fließband, Mann, schämst du dich? Wegen euch, Arjan, schämst du dich für den Verhalten? Du erhebst dich ständig über andere Menschen, akzeptiere andere Meinungen. Leute, seid ihr um, tut Buße und glaubt an das Evangelium, so wie es darsteht. So, schließt ihr, schließt ihr jetzt. Rät schauchen. Rät doch im Teil. Du sprichst mir mein Heil ab. Warte, du sprichst mir mein Heil ab. Du sprichst Daniel sein Heil ab. Du sprichst Marc sein Heil ab. Sag mal, wer bist du denn? Wer bist du denn? Wer berät die denn alle? Sag mal, seid ihr irgendwie verrückt oder was? Und dann sagt sie mir, dass Christus in Fleisch gekommen ist, dann ist der Antichrist. Okay. Wer nicht bekennt, dass Christus in Fleisch gekommen ist, dann ist der Antichrist. Also, Harut, gib ich den rein, Harut. Das wird langsam lächerlich, bitte. Wer nicht bekennt, dass Christus in Fleisch gekommen ist, dann ist der Antichrist. Wie macht das die Katastrophe? Arut, Leute, 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 hört ihr mich? Hört ihr mich? Leute, hört ihr mich? Stumm einfach, Harut. Nein, nein, hört ihr mich? Hört ihr mich? Ja. Ja. ihr hört mich okay alles klar so wollte will jemand noch also wir haben genug gesprochen ja möchtet ihr noch hier oben bleiben alle oder weil vielleicht möchte ein muslim hochkommen dann ist richtig schön so oder arud bedenke auch den vers wo drin steht ihr sollt nicht mit ungläubigen an einem jahr ziehen oder also die menschen nicht die lehre des christus das ist ein katastrophal was du hier sagst damals als die dann abgesprochen worden ist da hat mir das richtig weh getan ich habe ja sogar direkt danach geschrieben also das tut mir übel leid für dich und da war ich ja gerade mal fünf tage oder so im glauben jetzt gerade wo mir auch mein heil abgesprochen und ich verstehe dich als du da so richtig richtig schlecht danach mir geht es auch gerade übel schlecht durch so menschen die sich dann über andere erheben nein das ist falsch was du tust nein du bist ein ungläubiger nicht aber bruder wieso geht es dir aber schlecht die bruder weil mir keiner bitte mein heil absprechen soll ich habe doch die ganze zeit nichts gesagt bitte lass mich doch ganz kurz zu wort kommen Daniel du darfst jetzt du darfst definitiv jetzt definitiv was sagen also ich habe ich bin für diese gespräche offen ja und wir haben uns ja hier in dem sinne von charakter her oder von der person her nicht beleidigt wenn ja dann vergeben wir das ding ist dass niemand unter uns geschwistern das heil absprechen kann das wurde auch in der bibel niemand hat in der bühne apostelgeschichte oder so lesen wir nirgends wo dass jemand einem anderen das heil abspricht weil im römerbrief kapitel 8 steht ja auch geschrieben dass der eigene geist bezeugt dass wir kinder gottes sind wenn wir den herrn jesus christus angenommen haben und der heilige geist das bezeugt das heißt der bruder adler ist neu neu im glauben das war's und er ist unser bruder und er weiß ja dass er den herrn jesus christus angenommen hat und er bezeugt selbst dass er errettet ist das ist fakt nummer eins und er soll sich auch nicht schlecht fühlen sozusagen er soll wissen dass der jesus christus ihm vergeben hat und wenn jemand ja wenn jemand anfängt anderen leuten sage ich mal das teil abzusprechen oder so dann sollten wir diesen menschen auch beten ja das wollen wir beten ich bin ich bin nicht derjenige hier auf tik tok der einfach wahllos runterschmeißt oder kickt oder so gerade wir wenn 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 wir uns geschwister nennen höre ich gerne zu und ja jetzt würde ich gerne daniel das wort geben er darf jetzt fünf bis zehn minuten reden wenn er will ok erstmal 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 nochmal danke dass ich das war wirklich eins der anstrengendsten sachen die ich hier in meinem leben erlebt habe ich habe noch nie so viel heresie in so der zeit gehört also das muss ich ganz ehrlich sagen also so wie sie habe ich noch nie gehört und vor allem die apostolischen kirchenväter von ihm heiligt werden das finde ich reist und hochgefährlich solchen menschen überhaupt das wort zu geben ja das ist erstmal der er sagen wollte das zweite ich werde erig wenn menschen anderen menschen das heil absprechen einrichter und das ist der jesus christus der das gesamte gericht von dem vater bekommt punkt aus ende ja das zweite hat eben gesagt wir haben keine mehreren personen dann im himmel haben wir ist der vater sohn der vater und ich möchte jetzt das offenbar vorlesen ja und vielleicht die die noch die die mir und mark mitbekommen haben ich wollte beweisen dass jesus nicht gott ist da schon ist durch das gebet gekommen bin weil sich natürlich der herr jesus christus gott ist und ich bete jesus christus an und für mich ist der herr jesus trotzdem ist gott ein mehr personen und das ist auch schon ganz klar im heiligen den menschen die die bibel zusammengestellt haben im im bibelkanon so festgelegt wurden das hat die die bibel zusammengestellt haben und schon an einen dreieinigen gott geklaut und wer das ablehnt der verfällt den herr jesus ganz einfach und diese ganzen heretik sind alle ausgeschlossen worden und gestellt worden und in diesen menschen die das gemacht geist gewirkt das heißt das heil abspricht ja der richtet sich genau mit das was er den anderen richtet und so die bibel offenbarung 1 ich lese einfach vor und dort dass wir mehrere personen auch im himmelreich haben johannes an die sieben gemeinden in asia sind gnade euch und friede dem der ist der und den sieben geistern vor seinem thron wie die erste person und zwar den vater die zweite person und das geht ab vers 5 und von christus dem treuen zeugen dem erstgeborenen von den toten und den fürsten über die erde für die zweite person und in vers 6 und turm und priestern gemacht hat für seinen gott vater in seiner herrlichkeit von ewigkeit in vers 8 spricht der vater ist der da war und der da kommt ich bin das a und das der erste und der letzte und in vers 18 auf den sohn wieder als zweite person der durchbohrte der vater wird extra nicht als durchbohrter gemacht sondern die zweite person war tot 18 haben wir fürchte dich nicht ich bin der erde und der lebendige und ich war tot und sehe ich von ewigkeit zu ewigkeit amen das wir dass wir ihm dass wir ihm auf dem thron eine zweite person sitzen haben und der nicht neben dem vater sondern der sohn setzt sich neben den vater und der geist ist vor dem thron das zeigt ganz deutlich einen dreieinigen gott haben die alle einen thron sind und nicht vor den 24 strönen der essen ja die bei mich aufgerichtet werden und gottes für ewig besteht und von ewigkeit ist weiteren haben wir in daniel 7 schon ein da ist die prophezeiung einen hoch betagten da sieht daniel den vater dann kommt der sohn des menschen hoch und wird von höhe das geht wieder auf die auf die prophezeiung testament wo der vater den sohn erhöht über alle namen steht ja und das ist hier und das ist wieder auf bezug auf jachwe das heißt wir sehen im alten testament schon einen mehr personen und wir haben auch im neuen testament einen mehr bringen gott doch diese drei sind nicht voneinander trennbar sie sind aus einer aus einem aus einem in verschiedenen personen gezeigt und das haben das sagen nicht nur wir sondern wir halten uns an die erst die genau das von den kirchen die genau die kirchenväter die genau das von den aposteln gelernt haben postel haben sie ihnen so beigebracht und sie geist gestärkt und haben uns eine schrift gemacht auszulehren können und dafür bin ich sehr dankbar dem herrn jesus in mir die möglichkeit gegeben gegeben hat das eigen und die waren und die wahren personen gott zu zeigen wir glauben an einen gott der sich in treibt und das ist schon von anfang an in der testament bis ins neue testament deutlich zu sehen schon bei daniel oder sprüche oder jesaja von einem einem erhöhter von einem erhöhten sohn haben der das gericht vom vater bekommen und deswegen wissen wir dass der sohn aus dem vaters kommt aber im ursprung ja und das was ich eben gehört habe war alles hier und wer dem modalismus verfällt der wieder bei sohn gottes und dem heiligen geist das ist für da weil der heilige geist in den menschen gewirkt hat die gestellt haben und die die trinität ganze worte gefasst haben denn auch in zweite tessalonisch 2 vers 15 steht drinne dass es gab die überliefert worden ist sondern auch das wort denn es gab nicht für jeden die bischen sind früher gläubig geworden durch mundpropper weil die apostel gepredigt haben der herr hat den aposteln die kraft gegeben wir hatten heute noch ein morgens in islam verstanden der da ein video gemacht hat hat ja jesus wind ja ab in matthäus nur dass er gott ist und in verset jesus christus die macht hat und einer hat macht und das ist gott jesus christus ist er ist mit dem vater auf dem thron und jedes knie werden jesus christus beugen und dann werden wir sehen dass es das verhaftiger gott ist das war mein punkt dazu dankeschön und dazu kann ich nur amen sagen also sehr stark ja also ich will auch noch was dazu sagen und zwar im adlerblick zum beispiel bruder ich verstehe dass du jetzt sauer bist aber bruder vergib ihm einfach weil der herr jesus hat gesagt ich habe ihm schon aber er kommt ja immer mit neuen sachen er haut ja ein nach dem nächsten raus ich denke mir so innerlich ich vergebe ihm trotzdem ich vergeben trotzdem da kommt wieder das nächste dann übertönt er wieder dann überhebt er sich wieder wo bin ich denn hier gelandet oder ich hatte den verset zitiert wer sich erhöht wird erniedrigt wer sich erniedrigt wird erhöht und ich hoffe dass die leute hier das verstanden haben von wem denn diese grundaggression ausgegärte hat davor die schäden dumm angemacht das sind eure quellen das sind eure quellen das waren aber nicht möglich weil ich da die wahrheit gesagt habe hat er gesagt du bist doch muslim du bist doch muslim du bist kein christ er hat sich halt so dargestellt als hätte er die weisheit gelöffelt und das geht einfach nicht man muss sich man muss immer auch ich auch ich jeder muss sich einfach unterordnen und ein dialog führen können und darüber aufkennen können und wie gesagt ich bleibe bei johannes 14 23 wo jesus sagt er mich liebt den wird mein vater lieben und wir werden zu ihm kommen und wohnung bei ihm ganz klar jesus von einer pluralität von ihm und vater und das erfolgt eben durch den heiligen geist schau mal bruder also ich kenne ja selber nicht die absoluten beweise dafür aber das ist so wie ich es gelernt habe ich weiß dass der bruder hat und andere was anderes glaubt aber wir sollen uns jetzt nicht untereinander hassen und sagen du hast kein heil du hast kein heil du bist muslim oder du bist du bist das das ist ja falsch wir sollen voneinander lernen so dass wir halt auf den richtigen länder kommen können ja und genau das ist es ja und ja also mein vorschlag ist einfach dass du den typ also dass du den einfach nicht mehr rein lässt weil das wird nicht nur das führt einfach zur führung nicht nur nicht unter muslimen oder so sondern unter uns christen selber und es gibt christen die sind noch neu frisch im glauben und die wissen einfach noch gar nicht vielleicht so viel werden sie können weißt du das zeigt auch dass nicht jeder tik tok machen soll und ja wir wir müssen einfach aufpassen wie wir auch im internet reden so und ja und ich weiß nicht ob du das auch so wie er glaubt ich werde jetzt hier deswegen nicht sagen du bist so und so aber prüft das einfach was wir gesagt haben prüft einfach dass du anhand der schrift prüft mal was so die ersten christen vor dem die apostel geglaubt haben so und da wirst du sehen dass es wirklich die trinität ist wo der sohn und der vater einzeln ein wesen sind aber halt von der person her unterschieden werden und das ist halt schon wichtig wurde weil also steht im ersten johannesbrief ganz klar wer den sohn hat der hat den vater das heißt wir sehen immer hier das ist eine connection zwischen dem sohn und dem vater gibt und dass man sie nicht voneinander trennen kann oder sagen kann dass der sohn dann so gesehen der vater weil der vater derjenige der vater war derjenige drehen durch den sohn sorry wenn ich dich unterbrochen habe sorry alles gut so ist denn ein bruder hat meine geschwister schalom gottes segen wie soll ich denn ein schäfer und die hast du nicht den bruder hat lassen wie soll ich den arian hassen das sind doch auch menschenmann wir lieben uns doch alle untereinander wir sind doch alles geschwister wir glauben doch alle an den herrn jesus christus verstehst du das ich kann sie doch nicht hassen aufgrund einer meinungsverschiedenheit aufgrund der ausliegenden trinität vielleicht habe ich ein anderes verständnis von der trinität das kann ja sein vielleicht wechseln vielleicht ändert sich ja noch meine meinung dazu vielleicht habe ich irgendeinen beweis der mich vom gegenteil überzeugt das kann ich ja auch nicht wissen ich bin ja kein allwissender sondern ich lerne ich bin ein menschen in erster linie und ich kann nicht alles wissen deswegen bin ich ja hier deswegen rede ich mit ham das reden geht ich mit abu hanschel deswegen mag deswegen ich rede mit jedem damit ich mir wissen ich wollte ich wollte dazu was sagen und zwar ich war glaube ich doch in dieser zeit als dieses thema aufgetaucht ist habe ich glaube ich kurz vorher gesagt dass mein akku leer ist ich weiß nicht ob ihr euch daran erinnert und dann bin ich gerade hoch hat mein handy aufgeladen und auf einmal sehe ich dass ihr euch darüber dieses thema sozusagen aufregt ja hätte ich das gemerkt also hätte ich sofort sozusagen das thema im keim erstickt als ich hochkam musste ich erstmal mich sortieren und schauen wer sagt was und wieso ich habe jetzt zwei oder drei mal habe ich versucht die leute beziehungsweise alle runterzubringen und deswegen dann wie du schon gesagt dass immer wieder von neu los deswegen ja das sollte in zukunft auch gar kein thema mehr sein weil wenn 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 wir wenn wir erkennen aus der schrift ja dass der vater sozusagen nichts lichtbar ist und geist ist und eine andere offenbarung darstellt als der sohn ja plus dass wir sogar noch eine andere offenbarung als gott haben und zwar den heiligen geist in uns dann müssen wir klar feststellen dass es da nicht im wesen sondern in dieser offenbarung unterschiede gibt definitiv genau wesentlich wesen sind sie ein es gibt nur ein wesen eine natur die gott genau wir sehen aber dass in diesem wesen der gott drei personal ist und das ist schon wichtig weil dann hätten wir so viele also weißt du er sagt ja hat er gesagt er hat die was denken denn die muslime von erst mal wir reden nicht für menschen gereden zu gott das ist mir völlig egal was muslime denken aber muslime sind ja die die ganze zeit diese 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 scheinargumente diese völlig absurden argument benutzen dass der sohn gottes jesus sich selbst angebetet hat und das hat er natürlich nicht wenn er aber der vater wenn der sohn der vater sogar da habe ich wirklich angebetet und das ist ja schon mal da sehen wir doch einen widerspruch und das schliff oder der vater hat im sohn gesandt hat der sohn ist natürlich deswegen glauben wir an die drei nicht mehr was ich weiß so macht alles vor allem was den teils an betrifft er sind soll dass es bei mir so laut ist weil du das im hotel da aber ich möchte ja auch also sorry was ist da überhaupt gegen jetzt um die trinität gibt es ein problem oder ja es hat so angefangen aus meiner sicht erzählen darf es ging quasi so los dass der bruder quasi reingekommen ist sich ein bisschen mit den muslimen gestritten hatte ich habe eben versucht dazwischen zu schützen nein 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 ein anderer bruder wir haben uns auf jeden fall hier so ein bisschen ausgetauscht er hat so versucht mit dem muslimen quasi es aufzunehmen dann hat eben sind sie auch sachen gekommen auf sunnitische quellen obwohl das schiiten gewesen sind dann habe ich gesagt nein das sind sunnitische quellen bitte lasst das daran glauben sie halt dem einfach nicht das ist ja so wie wenn ich sagen würde zeugen jehovas vertritt deine meinung und dann meinte er halt dem jetzt bist du ein muslim und blablabla du bist ja kein christ gibt doch zu du bist ein muslim und so was alles nachdem habe ich gesagt dann wurde er gefragt was er wäre der vater von josef gewesen ist nachdem habe ich gesagt das war doch jakob nachdem er die ganze zeit nicht darauf antworten antworten konnte und andere argumente gebracht hat da meinte er dann meinten wir halt ebenso in der debatte habe ich dann gesagt du hast ja auch letztes mal gesagt dass der vater der sohn ist oder nicht da meinte er ja habe ich gesagt ich habe gesagt das ist nicht das verständnis der trinität dann hat eben haben wir dann angefangen du bist so zeigt doch dein gesicht hat er zu mir gesagt und du traust dich nicht und du bist so und so ne also direkt auf einer persönlichen ebene so und dann halt dem haben wir ein bisschen über die trinität gebattet haben wir die ganze zeit gemacht da kam der daniel hoch dann wurde im daniel sein heil abgesprochen da wurde er kann der mann nicht oder so kann ich gar nicht sagen oder gesprochen da wo mir mein heiland und er ist gut oder fast also der bruder auf den bild auf der kurs ganz kurz vor der bruder harrod kennst du ihn kennt er ja ja der war der bruder arjen war schon öfters hier ja der ok weil ich habe das problem auch schon mit dem gehabt oder aber sollte was sagen nimmt es nicht übel weil er ist ein bisschen unwissend nimmt es nicht übel weil ich habe auch schon mit ihm darüber geredet er kann das nicht so ganz unterscheiden voneinander er hat eine falsche lehre aber was soll ich euch sagen übrigens also das ist ja ganz das problem aber das ist ja seine weisheit absprechen ja ich weiß nicht warum ich nicht mit ihm diskutiert ich habe schon einmal mit dem bisschen ganz ganz bisschen damit ich rausgegangen weil ich wollte jetzt nicht jetzt ja dass er abfällt verstehst du damit ich einfach aus dem weg gegangen oder der ist noch ein bisschen unwissend deswegen leider ich muss auf jeden fall gleich noch mal ein bisschen mit bruder adam sprechen ehrlich ich dachte wie darunter kommt ja ja weil arams worte bringen mich immer runter wurde das ist immer so und wenn er aus der bibel ließen das ist wunderbar der hast du recht oder absolut aber wie gesagt macht er nicht so viel kopf weil wie gesagt ich kenne nicht hatte auch schon mit denen eine kleine diskussion gehabt aber ich bin dann auch wie gesagt ausgewichen weil ich habe dann gemerkt scheiß drauf weil ich wollte ihn jetzt nicht in seinem eigenen streaming irgendwie so widerlegen oder bloßstellen bin einfach aus dem weg gegangen seitdem gehe ich auch nicht so was hast du denn davon wenn du hier in der welt herumläuft und jedem sein christsein absprichst was macht sich das macht sich das zu einem besseren menschen also meine meinung nach bruder ist jetzt nur meine meinung an alle trinitarischen christen ja diese zwei milliarden wenn es jemand sagt dass der vater der sohn also wenn der vater der sohn ist und keine ahnung was der arjen da noch meint ist nicht böse gemeint jungs wirklich also entweder ihr sagt jetzt nicht in ihm ins gesicht oder wie müsst euch bisschen distanzieren weil entweder ihr erklärt dass sie oder distanziert euch ist nicht böse gemeint ich meine ich meine mit distanzieren kein tag von der ich glaube ich glaube ich glaube das ist auch ein bisschen so eine art erklärungs problematik ist und zwar er konnte glaube ich nur in dem moment nicht richtig rüber bringen kann auch das ja in philippa 19 14 wird ja gesagt wer jesus gesehen hat hat den vater gesehen das heißt und wir wissen ja dass er im vater wohnt und der vater in ihm richtig armen genau und das heißt wenn der geist gottes in ihm wohnt zu 100 prozent konnte er nicht genau erklären was er damit meinte dass der sohn auch der vater ist weil er hätte nur sagen sollen dass es diese offenbarung es gibt ja drei offenbarungs wege des herrn einmal also sagt er spricht er von sich dass er vater ist dann einmal wurde er mensch dann ist er zurück auf seinen thron und einmal vom heiligen geist den er dann senden wird für alle die an ihn gläubig werden vielleicht hat er es nicht so richtig rüber gebracht dass er sagt ja dass er dass wir jeder der den herrn jesus das kann aber auch sein weil wie gesagt als ich mit ihm damals gesprochen habe hat er auch dasselbe gesagt ich bin ehrlich das hat mich auch sehr schockiert weil ich war verwundert weil er eigentlich mit manchen hier eigentlich schon gut ist und trotzdem nicht irgendwie ihn was dazu quasi ihn darauf angesprochen das hat mich bisschen gewonnen habe ich ja okay vielleicht hat das nicht richtig erklären können aber wenn ihr jetzt sagt wo ich war es jetzt auch so ich weiß nicht wo das meine meinung ist nicht ganz so wissend glaube ich über dieses thema also ich verstehe gerade ehrlich gesagt eine sache nicht warum sich im chat so viele darüber sorgen machen dass die muslime denken würden ganz ehrlich man der islam hat komplett andere probleme die haben ganz andere probleme wie zum beispiel die unterwäsche von professionell krankheiten also wenn ich jetzt nicht jetzt so was denkt wo ehrlich dass die unterwäsche wirklich von was ich damit sagen will ist einfach nur ihr braucht euch nicht zu schämen da was können ist die muslime von uns denken oder so ganz ehrlich man die haben ganz andere probleme die diesen million hat eine die sonne schlamm und sonst soll ich was das problem ist wenn mir jemand sagt ich ja ich kennt ja meine geschichte ihr wisst ja alle was ich für probleme privat und so was alles und wenn ich sage ich liebe den herrn jesus christus dafür dass er sich zu mir gut also das ist ja unfassbar so was ich erlebt habe in den letzten monaten das ist ja krass und dann kommt jemand und sagt zu dir nein das bist du nicht du bist noch in deinem alten glauben gefangen nein definitiv dich du musst errettet werden du bist ein bisschen ungläubiger denn das ist unfassbar ist das weiß ich mich da gefühlt habe als er das gesagt hat bestimmt noch so muslimische charakterzüge an dir die habe ich ja auch an mir so weil ich habe ihn ich will das nicht sagen aber ich habe nie mehr verhaltensweise gesehen von meinem alten glauben als ich in mir selber von ich habe einfach nur ich bin dann laut geworden wo er daniel angeschrien hat ich bin dann laut geworden wo er mag ich aussprechen lassen ja wenn ich glaube wenn ich sehe wie mein bruder unrecht getan wird dann werde ich laut dass meine brüder die einfach nur versuchen zu bringen die haben wir noch in uns die müssen wir noch loswerden das ist nicht schwierig wenn jemand 30 40 jahre lang muslimus diese charakterschaften eigenschaften die du sag ich mal mit der mutter mit bekommen hast irgendwann mal wirklich eine aufgabe auf dieser welt mein bruder und die haben etwas geschaffen und alles hat seine bedeutung hier auf dieser welt wir haben wir haben wir haben einen muslim drin erst mal begrüße ich ich wünsche was ich dir wünsche dass du zufrieden in deinem herrn herrn jesus christus das ist das alles andere was drum herum passiert spielt keine rolle ja ab dem moment wo es christus findest bist du kein teil mehr von dieser welt keiner kein christ hat das recht stehen irgendeiner zeile abzusprechen richtig haben so in deiner meinung wurde absolut der und der beurteilt nur sich selbst und dass da spricht bibel klartext ja ich wenn gottes segen möge der herr wirklich stehen muss man und den und der eretikern die augen bietet ich gleich aber das mache ich mit mir ganz alleine ist so für mich spielt es keine rolle ob jemand todlich ist tantisch ist und was auch immer ja für mich spielt das keine das wichtigste ist dass man wer der jesus christus ist da der jesus der einzige weg ist dem tod wieder auf weg zu werden und wieder weiter er ist der weg die weit und das leben und niemand kommt zum vater außer durch ihn dies eingeben will der muss den herrn jesus christus sagt und das ist das wichtigste und keiner und alle alle sind meine da und ich bin nicht müde ich bin nur ich bin nur ein bisschen weil das eben so ausgerufen und ich habe halte betet dass der jesus christus nur gibt und wie ihr das seht ich bin extrem ich bete auch für arian gleich ja weil ich hasse nicht in menschen ich habe nur das was er sagt wie er sich verhält ich hasse seine tat menschen ja deswegen möge der herr jesus christus vielen möglichkeit geben ihn zu danken anzunehmen und das schönen antäuschern zusammen und das ist wahrhaftig auch verstanden und wer an seinem blut er wird ewiges leben bekommen schöner ein wunderschöner abend schlaf gut möge der herrlich segen ja ja mach's gut ich denke schon wieder kommen wir kommen wir ganz kurz hier ist hier ist einer der nennt mich hs ganz kurz und wieder kommen mal kurz hoch ich weiß schon wer das ist kommen wir kurz hoch wenn du einmal das muss denn das ist denn das leute leute wer ist das kommt mal bitte kurz hoch der nennt sich der nennt sich eben saffet kommen wir kurz hoch in der verlieben ist kaputt warte ich suche ebne saffet ebne saffet ebne saffet ebne saffet wieso bist du hier bist du von so sehr viel oder bist du von sufis oder es gibt es nur sunniten und es gibt nicht es gibt über 70 über 70 verschiedene strömungen bruder und die sunniten sind eine davon und die schieten genauso und dann gibt es innerhalb der sunnitentum ist 40 verschiedene strömungen bruder zu welcher gehörst du gehörst du zu den mutter sie mal die sagen aber hat körperteile glaubst du an ahmet ibn taimiyah der denkt der in einen traum gesehen hat dass allah locken hat wie ich liebe richtig cool immer vom verhalten der normale frage wirklich wenn er mich nur weiß welcher strömung welche angehörten ja alles gut bruder alles gut tschetschene hallo ja wir haben gestern ja ja wir sind da pass auf ich habe gestern ich habe gestern war das mit abonnenten haben wir warten mal zu ich habe gestern ja warte man ich habe gestern da warst du ich glaube du warst plötzlich weg da haben wir diesen hadith geholt mit der unterhose weißt du noch es ist der wahnsinn ja da steht sogar ein letzter im letzten satz wird beschrieben dass diese unterhose sozusagen krankheiten halt somit ist mal kurz vorlesen können wir machen die jene du glaubst dran sage ich muss leben oder ich wollte kurz was fragen ja okay ich habe ich habe gesagt sagt ich habe gesagt übrigens mit diese dinge mit 73 geben soll das stimmt auch übrigens nicht das ist wieder so eine prophezeiung von morgen ob die viel gelogen mehr und viel nur so nebenbei gesagt ich wollte fragen dinge haut ich weiß ja nicht wer noch alles so dabei war wir haben das vorhin als ich bewiesen habe das moment die ganze besoffen war das ist voll ist oder ich habe das vorhin bewiesen wie fandet ihr das das ist heftig das ist heftig ich sag's mal so oder kommen ich sag's mal so damit alle leute jetzt nicht denken mal lachen 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 guck mal es ist aus der schrift es wird vorgelesen das ist nicht unsere meinung das ist nicht unsere gedanken das ist nicht irgendwie erfunden wir lesen nur das vor was da steht uns wenn ich jetzt sage die unterwäsche von propheten kann zum beispiel krankheiten heilen da kann ich es euch vorlesen es ist besser muslim ich kann sie gerne vorlesen es ist keine verarsche es ist keine beleidigung ich kann es gerne vorlesen tschetschenne möchtest du dass ich das vorlese du glaubst uns muslim oder eigentlich habe ich keine ahnung wer ist in der ernsthaft jetzt ich kenne nur eben abu talib eben lfn ich kenne nur von zeiten des prophetes und so auch bruder dann hallo der kennt sich nicht so gut aus das geräusch weißt du was die sieben bedingungen von leila heila war sind als wir schon die weißt du was die sieben bedingungen von leila heila war sind kannst du mir sie jetzt sagen meint so sieben mannen die sieben bedingungen wo er scheiß ich was wort bedingungen bedeutet die sieben grundlagen wenn du leila heila sagst dann hat das ja sieben punkte jane al-hakim zum beispiel und sondern geht es weiter also was kann ich nicht ich wusste es auch nicht und dann haben mir gesagt ich war nie muslim jetzt weiß ich danke du sagst du kannst du nicht wirklich gut im islam aus ich kann mich schon mit den kannst du mir kannst du mir den nummer eins grund nennen was dich am islam hält ja also die möglich für dich stärksten grund den du hast der wo dich der wo dir sagen lässt deswegen bin ich muslim oder ein islam das ja so logischer und so weil es ist ja nur einen bei christendom hat er drei getaue so nein haben wir nicht aber gib mal ein beispiel wenn du sagst du sagst ihr sagt doch der vater der sohn das hast du so verstanden wie du willst aber egal du hast ja gesagt logisch islam logisch gib mir bitte den stärksten grund den du hast dass du muslim bist oder vieles gibt doch einfach wie sollen wir den stärksten grund den du hast den besten grund zum beispiel du sagst jetzt moment hat eine sechsjährige heiratet ist für dich wirklich ein guter grund dass du sagt dass die waren nicht er soll mir seinen starke ein grund weil er ist geheiratet hat das war er fragt doch nur habe ich ganz kurz er fragt dich welchen stark oder der stärkste grund ist wo du sagst der islam ist die weit weil dieser stärkste punkt hat mich überzeugt dass es den stärksten grund der wo dich zum muslim macht der stärkste grund von dem du glaubst wenn du den 1000 leuten erzählst 1000 leute würden zum islam konvertieren diesen grund möchte schon die jürgen weil in islam ist nur einzeln du glaubst noch ein beispiel habibi hatte ich ja was hast du gesagt ja weil es nur ein gott gibt oder ich weiß nicht ob du das weißt aber in kalifornien gibt es eine kirche die nennt sich church of satan die glaubt auch nur an einen gott und das ist der satan willst du glauben die jetzt auch an den richtigen oder der satan ist doch kein gott oder so die satan gott was ich dir damit sagen ist das ist kein argument oder der hat nicht so viel ahnung das einfach ich habe das schon vorhin gesagt irgendjemand hat das problem ist das war sehr nett schien aber der hat wirklich sehr wenig an das heißt wenn wir nicht ich weiß wo wenn er oben bleibt heißt es dann von ende von den herr kummer die nehmen vor die unwissenden da gar keine ahnung und dies das versteht aber abbrechen runter fertig besser deine frage ist eine frage war sehr leicht wurde deine art eine frage war für kinder sogar eigentlich sehr leicht aber so natürlich leute aber sogar das hat er nicht verstanden deswegen habe ich wollte nur sein stärksten grund müssen und sagen sie stärksten und auseinandernehmen konnte nicht lassen oder erst einmal verstanden das problem er lasst uns jetzt mal den hadith von abu kanja einmal leben mein liebungs das ist das ist ich glaube aber hat das ausgedruckt irgendwo damit er immer wieder mit tätowiert tätowiert oder solange ja nicht mal aber habe ich tätowiert bei dieser fährst du das ist das ist wirklich ein knockout wie wenn mike tyson einen wirklichen knockout gibt ja einmal ich habe hier haben das ist richtig so sollen wir mal das lesen kommen also oder lässt du erst mal auf englisch für die wo vielleicht nicht so gut deutsch können wie viel für den jüdischen beispiel oder für andere und ich mache dann auf deutsch soll ich eigentlich ließen danach gehe ich schlafen oder machen okay das ist gleichzeitig meine abschiedsrede oder gehen wir ein bisschen weiter nach hinten abdullade fried slave was mal der dort auf abu bakr dem meternal uncle of the son of atta reported asthma send mit abdullah bin umar saying the news has reached me that you prohibited the use of free things the striped rope saddle cloth made of red silk and the fasting in the holy month of rajab abdullah said to me so far as what you stop das ist nicht der hadith nein das ist hadith 2069 das ist ohne ab oder okay in diesem hadith geht es doch darum dass er jemanden tötet selbst wenn er ihm nur eine katastrophe auch katastrophe wurde ich weiß aber wieso habe ich diese ganzen hadith auswendig aber es gibt es gibt nur noch den a haben die das haus genommen wurde weiß ich nicht dass auch etwas sagen musste mit den habe ich im internet selber gefunden aber warum du es jetzt nicht für das nur noch gibt es wo am ganz am ende steht guck mal der apostel of allah used to word and we wrestled it for the sick and sought q dabei lassen wir ihn mal suchen friedrich ja nee guck mal das ding ist es gibt ja richtig das heißt die haben wahrscheinlich dieses normale rausgenommen ja schau woanders andere seite bro um was geht es denn type doch da oben die nummer dinge sachen ein um was geht dann kommt er vielleicht weil es sind da kannst du oben die sachen eingeben hey willst du einen witz sehen bruder willst du einen witz sehen gib mal da oben bei sundau.com guck mal ich zeig dir einen witz bleib bei sundau.com ich zeig dir jetzt einen witz gib mal da oben gib mal da oben pädophil ein auf englisch auf englisch ja auf englisch und guck mal was als ergebnis kommt gar nichts wahrscheinlich doch gibt ein geh nochmal bruder du bist rausgegangen das ist der witz das ist keine genau hast du profil gemeint richtig richtig so hier hatte nochmal hier hatte nochmal jemand einen wunsch hier hatte nochmal einen wunsch und zwar pass auf pass auf er hatte noch jemand einen wunsch und zwar jan sebastian wollte wissen über den hadith mit al burak ja leute guckt bitte rein in sei muslim 164a hier erfahrt ihr das muhammad mit mit al burak hier i was den brot white beast which is called al burak bigger than a donkey and smaller than a mule also bohamed ist mit einem mit einem biest mit einem biest ungeheuer was mit einem haiwan namens al burak ist er in alle himmel geflogen in alle sieben himmel du bist er hat dann er hat dann die aufgabe bekommen von allah 50 mal morgens und abends sollten sie als aufgabe bekommen zu beten zu allah ja und das war wohl zu viel gewesen ja zu viele katz und dann wurde das wurde wo die zahl von allah auf fünf er hat einfach durch zehn geteilt ja nicht die leute schreiben v8 esel andere super sei es nicht auf fünf auf drei ja auch drei genau oder wenn er hat ihn im koran steht drei im hadith steht fünf genau bruder besser muslim musst du gucken buch der kleidung weil ich habe es auch anderen gezeigt haben auch direkt gefunden buch der kleidung ach so ja ich war ich war da drin ich glaube es gibt das normale gibt es nicht mehr wir haben nur noch aber da drin a b c d e f g h war ich gerade drin guck mal was da eine in den kommentaren schreibt kein wunder dass es so viele koraniten gibt es ist aber wirklich so normal es gibt so viele koraniten da ist alle haben wir kommen hoch alle ich bin ohne fahrrad heute das ist wichtig was sagst du was sagst du dazu dass wir letztens schon abgecheckt haben in dem hadith hier nimmt und sei muslim 2789 dass das allah hier dass der erste tag der schöpfung ein samstag war er amstag aber ebna bass sagt in dem papier für suche 41 das alarm sonntag angefangen kennst du das naja klar das habe ich schon mal darüber gesprochen glaube das ist ein folger widerspruch das ist ein guter punkt oder das ist ein sehr sehr guter punkt wo wir das mal haben wir auf respekt und jetzt große fresse ich habe bei haben die immer respekt ich werde auch morgen noch bei haben die respekt haben und über morgen weil damit haben die kann ich noch mal reden ohne dass er mich angreift oder so aber er greift ja auch meine schriften an und ich lese quasi jetzt gerade nur aus den hadith muss darüber nach was da steht und wo ist das problem hol mal oder hol mal den dings hoch der salafi 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 doppelt man hat sich doppelt oder leider oder man hat sich wieder doppelt doch um und man hat doch das war doch bei dir ich weiß nicht wie viel du gerade mitbekommen hast aber ich finde das echt interessant wieso man mit kraniten zum beispiel so ganz normal reden kann wieso ich mit muslimen ganz normal reden kann aber dann mit menschen die sich halt so überheblich immer machen weil wir den koran lesen und im koran sehen wir nichts anderes solche sachen sehen wir gar nicht sehe so was gar nicht ich weiß gar nicht mal ihr kennt wie gesagt ihr kennt es wirklich besser als ich ohne witz kein spaß wasser letztes hast du so einen schönen spruch gesagt also ihr christliche kennt die hadithi besser als sunniten ja es ist so ich bin sunnitisch aufgewachsen aber ich kenne das alles nicht wahnsinnig dass ich grüße die hadithi besser kennen als sunniten selbst wenn ich da was das problem ist die glauben ja auch an mohammed und an gott halt was deshalb nehmen sie halt beides ein die widersprechen sich doch mit koran ich aber weißt du was gut ist was ihr macht ihr macht meine arbeit leichter mit den sunniten ihr beweist dass die hadithi gegen den koran das heißt er kann in ruhe fahrrad fahren genau er hat mit meinem fahrrad wenn ich morgen platten habe ist das mal auf ich hab's jetzt gefunden guck mal hier das ist für den da hier weil er ist der dann bestätigt für uns guck mal hier aber die first day also hier wird über den ersten tag berichtet das ist das sie für suche 25 bis 59 wo kreativ der heavens and the earth and all that is between them of created beings and marvels in six days und im hd steht ja dass das sieben tage waren auf der beginnung auf kreischen verlängten ob die stadt 1000 die ist auf der ds that you can count presently the first day was sunday sunday und guck mal das krasse ist guck mal aber weißt du was das aller krasseste ist hier hier sagt dass ja eben ab passen wer ist das und in diesem hd sagt aber leider dass der größte ist oder in diesem hd sagte dass das der prophet gesagt hat am samstag gerne der prophet hat samstag gesagt und sein kollege eben ab was der mit ihm zusammengelebt hat sagt sonntag wahnsinn die widersprechen sich überlegt man sagen sondern sonntag krass 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 und hier sind es sieben tage guck mal samstag 1 sonntag 2 montag 3 7 ich frage mich manchmal die die hadise wurden ja glaubt 200 jahre später oder so der buchhari ist er glaubt 200 jahre später auf die welt gekommen wir haben die muslime oder die sunniten in der zeit gelebt als der prophet gestorben ist bis der buchhari mal auf welt gekommen und du weißt schon wo woher buchhari kommt ne ja ja der ist kein einziger von den nächsten aber kein einziger erstes mal das und du weißt auch wo der herren also sein name buchhari hat ja schon eine bedeutung also er kommt der buchhari das ist richtig im fernsten im fernsten rosa und im heutigen usbekistan überlegen auch immer nur das ist kommen wo mecca ist oder das gehen dabei das ist zwei planeten wurde das ist so eine entfernung dessen 10.000 kilometer überlegt man dann bin ich ja noch näher dran also müssten die mir mehr glauben das ist doch nicht krass buchhari irgendwo aus usbekistan wahnsinn ich verstehe nicht was dazwischen war zwischen dem tod vom propheten bis buchhari auf die welt gekommen ich was war dann wir haben die da gelebt sehr sehr interessant wir wissen nicht ob es in 200 jahren krebstherapie gibt und so was alles und fliegende autos dies und das überlegt mal ja unter und das nächste ist wir haben die gebetet wenn anscheinend wenn anscheinend die hadithe uns zeigen wie man betet wir haben die gebetet wurde was noch schlimmer ist die hadithe sagen wir machen die hadithe die sagen die die hadithe ist was das ist ja mohammed seine worte ja und wie die wurden überliefert mit 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 mündlich genau dann frage ich wenn der koran das wort allahs ist alle bitte alle zuhören der koran hallo der koran ist ja das wort allahs oder genau genau richtig und die hadithe sind was diese heißen das sind die worte mohammed oder die die erklären den koran praktisch ja also das ist die die überlieferung richtig was ist aber wenn die hikmah ist ja ist ja ist ja weisheit des korans nicht vom propheten das verwechseln die auch ja guck mal das ding ist animo das ding ist aber was ist wenn die hadithe sagen du sollst fünfmal beten aber der koran sagt dreimal beten genau zum beispiel was machen wir fünfmal aber man muss erst mal wissen woher wusste unser prophet wir beten muss wann er beten muss wie oft er beten muss woher weiß er das vom koran nicht von den hadithen nicht von buchari dass das die verstehen das einfach nicht im koran ist fünfmal beten drauf ok wenn du das übersetzt liest dann steht im koran lobpreise aber das heißt beten aber ich habe das auf meiner seite extra für harut letzte mal wo ich nicht mehr rein konnte habe ich da bei mir auf der seite kannst du gucken es ist fünfmal fünfmal das gebet im koran erwähnt ich habe es geschafft das erste mal in meinem leben wäsche zu waschen kann jetzt irgendjemand mal applaudieren das allererste mal in meinem leben habe ich selber wäsche gewaschen hat das muss ich ich habe euch unterbrochen aber oder harrod der dings schreibt der um und schreibt jetzt hat er die app neu gestartet keine ahnung wenn du willst kannst du ihn wieder hoch der ist auch sehr sehr nett eigentlich aber ist es ist das fünfmal erwähnt das stimmt schon ich hoffe mich hört man nicht doppelt naja jetzt alles nur noch nicht endlich ok grüß euch alle macht ihr weiter das kann ich was frage also ich habe ja auch vorher mit abu kanja auch vorher geredet aber mensa musste offline gehen deswegen ist es mir liegen und zwar meine frage ist es muss die bibel für uns im verständnis im einklang sein damit wir daran glauben was meinst du damit also muss die bibel für mein verständnis also mit meinem verstand im einklang sein damit ich an die bibel glaube du kannst die bibel verstehen wenn du den heiligen geist hast ok also weil es gibt viele sachen die geistlich sind zu verstehen zu beurteilen sagt die bibel und das kann der natürliche mensch nicht verstehen ok und wenn der natürliche mensch das nicht versteht und abweicht würde das heißen dass die bibel falsch ist das würde ja dann bedeuten das würde ja dann bedeuten dass gott falsch ist und das ist nicht der wahrheit entsprechen nur der mensch ist falsch beziehungsweise ein sünder ein lügner ok also logisch betrachtet heißt die antwort jetzt wenn ich den wenn ich die bibel richtig mit meinem verstand im einklang habe dann habe ich den heiligen geist empfangen wenn ich nicht im einklang habe dann habe ich den heiligen geist nicht empfangen in den heiligen geist hast du erst empfangen wenn du aufrichtig buße getan hast über dein leben und nicht zu dem herrn jesus christus bekehrt das heißt es muss sozusagen ein eingreifen gottes bewirkt werden wo du dein altes leben dann kreuzigst und alles was du bis jetzt getan hast als falsch erachtest ja wie du gelebt hast woran du geglaubt hast und das geschenk gottes annimmst das heißt den jesus christus annimmst als dein gott und retter dann empfängst du den heiligen geist und danach danach bekommst du halt weisheit und erkenntnis indem du die schriften liest und studierst ok 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 denn genau so etwas ist nämlich bei mir passiert ja kommen die katze bei von euch oder war das jetzt bei mir weil ich so gerade meine katze das war meine fette katze ich muss nämlich meine katzen reinholen weiß ich habe sie immer noch sein deswegen dachte ich das kam jetzt von hier aber dann war das ich meine das war also dann sowas ähnliches kann ich sagen ist bei mir passiert und zwar ich bin gebürtiger muslim und ich habe sage ich mal sehr sehr lange gar nicht so mich mit der religion beschäftigt und ja auch viele sünden begangen sage ich mal so und seit zwei monaten ungefähr habe ich gesagt ich nehme jetzt den koran zur hand und ich versuche mal zu sehen ob das jetzt das buch von gott ist oder nicht zwei monate lang habe ich die ganze zeit hinweise darauf bekommen dass das vom teufel stammt ich habe mir aber auch wirklich ex muslim oder klaus seine videos vier stunden lang angeguckt also wirklich ich war zum schluss so überzeugt davon das kann nur vom teufel stammt ich habe auch die religion verlassen ich habe das auch meinen eltern gesagt mein bruder gesagt und so weiter so sogar habe ich auch gesagt dass jesus wahrscheinlich auch gott ist wobei ich das noch nicht ausgesprochen habe aber gedacht aus meinem verstand draus und dann kam halt dieser dieser eine tag und zwar letzten freitag erst wo ich halt eine eine ad von vom koran gelesen habe das war auch die erste die ich komplett gelesen habe und da habe ich richtig angefangen zu weisen also ich